Wir laufen für UNICEF. Jetzt passt gut auf, denn eine Menge Bewegung ist jetzt angespannt. Sportacus und UNICEF brauchen eure Unterstützung. Lauft mit und helft mit bei der Aktion Schulen für Afrika. Jede gelaufene Runde zählt. So kommt ganz schön was zusammen. Wir laufen für die Kinder in Afrika, weil es denen nicht so gut geht. Wir spenden auch dafür. Ich wünsche mir für die Kinder auf der Welt, dass mehr Kinder zur Schule gehen können und mehr Schulen. Das ist klasse! Nehmt mit eurer Schule teil bei Wir laufen für UNICEF. Wie das ganz genau geht, erfahrt ihr auf www.togo.de Wir laufen für UNICEF. Wird unterstützt von Super RTL.